Ich möchte, dass die Leute meine Stimme hören. Und ihre Sorgen mal für fünf Minuten vergessen. Weißt du, was Girl Power für mich bedeutet? Sarah Vaughn, Lauren Hill. Damit eins klar ist. Ich bin kein Spice Girl. Von der Grundschule zu ausverkauften Konzernen. Sarah, das wird eines Tages geschehen. Mit deiner Stimme, ganz klar. Eine der Besten, die ich je gehört habe. Das ist meine Tochter. Meine Amy. Ich habe jemanden kennengelernt. Bleib glücklich, Amy. Du hast eine Schwäche für die Bad Boys. Tada! Das Album ist weltweit auf Platz 1. Das höchstplatzierte Album einer britischen Künstlerin in den USA. Jemals. Ich glaube nicht, dass ich nur auf der Welt bin, um zu singen. Ich will eine Ehefrau sein. Ich will eine Mom sein. Du brennst wahrscheinlich eh mit jemand Berühmten durch. Du bist mein Herzschlag. Du bist meine Seele. Ich liebe dich. Ich hau nicht zehn Hits bis zum Mittagessen raus. Ich lebe meine Songs. Und das habe ich jetzt auch vor. Bereit? Ich schreibe keine Songs, um berühmt zu sein. Ich schreibe Songs, weil... ... ich muss etwas Schlechtes in etwas Gutes verwandeln. Ich schreibe keine Songs, um berühmt zu sein. Ich schreibe dich, weil's leer nicht vor. Ich schreibe keine Songs, einem sehr stare. Ich schreibe nichts vor mir. Ich schreibe keine Songs, um das Leben zum Schutz zurückgelegt... von den Angriff an sichrtest du ja mit dirzų fest und bitte vielleicht Untertitelung des ZDF, 2020